Yo, jetzt machen wir einfach noch mal das Abschlusslied. Ihr könnt auf eure Beine klopfen oder auf den Tisch vor euch, wie ihr es besser findet. Ich nehme jetzt mal die Beine. Bumm, bumm, klatsch. Bumm, bumm, klatsch. Bumm, bumm, klatsch. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Singet alle meine Entchen. Woo, Entchen, woo. Alle meine Entchen. Woo, Entchen, woo. Alle großen Kinder gehen jetzt nach Haus. Denn die Musikstunde ist jetzt aus. Singet alle großen Kinder. Woo, Kinder, woo. Alle großen Kinder. Woo, Kinder, woo. Einmal nochmal Trommelwirbel auf den Beinen. Woo, yeah. Und Hände in die Mitte. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Picos. Versucht ganz viel zu singen und rauszugehen, sofern das das Wetter zulässt. Und habt einfach positive Gedanken. Wenn alles gut geht, sehen wir uns auf jeden Fall im Dezember wieder. Wir informieren euch, wie es weitergeht. Ich denke ganz doll an euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir sehen uns einfach. Bis bald. Tschüss. Yay.